es geht ab zack der dreadnoughts das sind bestimmt bestimmt wirklich riesig für wen ist die mission jetzt ist das für uns beide die ist für dich es müsste deine sonne also der hat beide fragment geleuchtet ich sammle uns schon mal hier schönes nitra ja mach mach mal nitra klar ich guck mal ob ich den weg findet steine kloppen das beste wo gibt ja bevor wir ihn so im schweinbruch ja da hier gibt es auch so er droht hier egal wir gehen erst mal da in die richtung du bist muss noch mal gucken kann sogar sein dass wir da nach oben müssen ich kann trotzdem mal graben solange du noch nicht durch bist ja kannst du machen vielleicht geht es da auch irgendwo im cooles gebiet ob sache ich grabe mich nicht wieder oder vergrabe mich wieder nicht beim letzten mal hier scheint es nicht durchzugehen dann komme ich mal zu dir auch durch nur halt viel viel länger graben das kann sein so warte mal ich komme mal zu dir ach ich kann ja mal die zwei schon mal abliefern die bolo kappen stecken und welche hast ja da ist ja diese komische steine hier diese komischen steine auf der pflanze ja da habe ich ja auch überlegt aber die bluten nur ne also ja das ist ja eine riesige höhle hier got no flares ready oder ich wieder angst um in die tiefe zu fallen das sieht doch hier echt übel aus ja ich habe gold gefunden sehr gut auch hier gibt es ein paar kappen ich sammle mal kappen na eben gibt es ja auch aber brauchen wir irgendwie geht es uns noch sehr gut das kommt wieder viel schein mann der manchmal sind die nerven ist doch gar nicht wer hat die denn gerufen ja das hat ein bisschen weh getan aber es macht nichts hat sich gelohnt ja es gibt aber hier leben zu looten ja genau so eine kappe habe ich und nach der kappe die kappen hier sind komisch verteilt ja ich hatte auch schon mal was abbekommen hier weil ich runtergefallen bin aber es geht wieder so gesundheit voll sehr gut ich bin mal gespannt wo die sind diese komischen wie heißen die dreadnoughts oder so ja und wieso ja was heißt das übersetzt der dread ist ja irgendwas gedrehtes ne genau und gedrehte nüsse oder so ne keine ahnung was uns da angreift das ist nicht mehr verwandtschaft mit astronaut das könnte auch sein dass gedrehte astronauten oder so ich weiß nicht weil dreadlocks ist ja sind ja auch gedrehte locken irgendwie oder oder ich weiß was nicht auch englisch wieder on point ganz schlimm und sei viel mehr vokabeln lernen aber wenn man das auch noch machen genau vor allem wofür ja ja er hat sich versteckt hinter so einen komischen ich habe so eine komische öffnung da an der decke aufgemacht und dann haben wir angeflogen genau habe ich gesehen sind zwei stück alter falter wir sind die viecher ach so ich sehe sie ja alles klar ja ich kann falsche so nicht oh nein die sind jetzt beide bei mir hier ich zieht euch so warte mal ich komme mal zu dir ja jetzt zieht so so ich bin sicher so richtig in die erde graben und wieder zurück mhm ich wollte gerade sagen Mensch der typ soll immer draußen bleiben hier ach der ist der andere ja komm raus da ja komm raus da immer mal oder äh ne nicht ganz oder ne sah eben so aus ne so ich hoffe er hat nen Knalltrauma kann das sein dass die sich immer wieder ein bisschen aufladen ja und oh sorry sorry wir müssten uns noch nachschub bestellen oder mhm granate gefällig granate gefällig boah ich glaube granaten sind die resistent kann das sein kann sein oh ich bin tot so ah kurz wieder beleben jetzt bin ich wieder tot ok ah jetzt bin ich auch tot jo ich habe es geschafft dich wieder zu beleben kann sagen dass ich auch gleich wieder totum falle bin ich wieder tot umgefallen ja ich belebe dich mal wieder und dann bestellen wir uns einfach so einen Nachschub ja ich bestell das mal hier hin jo super ja ich bestell aufpassen dass es uns nicht erschlägt einen haben wir aber hingekriegt ne ja ich glaube einer so den zweiten eben da auch ok super ja bist du leise geworden und jetzt los ich bin leise ne du nicht das game ist leise geworden so sehr schön so haben wir nachgeladen sehr gut ach das war erst einer ach so gar nicht zwei alter dann war das ein schizophrener dreadnought auf jeden fall ich hoffe wir haben den anderen nicht übersehen irgendwie weil ich habe nur diese komische aber da gesehen und dachte was ist das eigentlich von da ich glaube ich glaube ich glaube nicht aber so ganz sicher bin ich mir auch nicht das hier ja doch doch noch doch noch doch wir kommen von da ja wie sie hier oben ist haben wir das über durchgekommen hier also quasi hier ja vielleicht können wir uns dann doch in die andere richtung graben hm warte ah hier geht es auch lang irgendwie warte mal ich muss mich mal suchen du bist da hinten ok wo bist du denn ich sehe warte mal jetzt bist du bist jetzt da 32 meter ja dann musst du bist durch das loch geklettert wahrscheinlich da ja hier links warte mal da unten hier durchgeklappert ja bin da ja dann kann man hier hoch hier gibt es auch ganz viel mit round und so ist aber hier ging es weiter in der ruhe ah ah holte jetzt weiß aber mal ich bin ja nervig er kommt jetzt noch mal noch nicht ich da wollte grad sagen kommt da noch eine nene weil diese spinnen die sind manchmal nervt alles sind keine spinnen sind ja insekten ist sie mal die bugs die käfer gute aliens das ist doch hier wo du gegraben hast ja es kann sein was hat mich eben schon wieder angesprungen überhaupt nicht weiter ich stecke vor fest habe ich auch ganz so oft dann muss sie irgendwie den boden noch mal weg haben die andere seite da wo du angefangen hast zu buddeln warte mal denn ist hier auch können wir uns hier auch noch mal durchkommen ja das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier gibt es diese explosion war diese spinne ja ich glaube aber hier waren wir auch schon die doch nicht stimmt weiter es geht da ab was explodierten also roten knubbel die sahen aber auch aus wie ein experiment von klerasiel das hat weh getan ich glaube hier gibt es bestimmt irgendwo noch son so ein viech das macht voll spaß der sound ist so geil das ist das auch steinschlag so genau wally kommen her da gibt es noch nie klar ja das ist das ich bin hier über lava gelaufen das tut auch will und du bist auch ganz schön angeschlagen mich jetzt auch macht ich weiß auch nicht was das ist wenn es euch ist so wie komisch also hier kann ich nichts machen ist auch kein knopf oder so guck mal hier lang hier gibt es auf jeden fall auch leben ich glaube wir müssen genau wissen glaube ich hier lang ist gold ist vom besten kann man eigentlich auf der karte irgendwas hier sehen oh ja wir müssen noch mal kurz zurück ich glaube es ist zurück und zu wackeln kann man nicht rennen äh weiß ich gar nicht ich glaube nämlich hier hinten auf der karte ist dieses ding was wir aufballern müssen ok ich will nur mal kurz gucken ob ich hier noch ein paar holo kappen finde jo ah da ist eine schieß mich mal rüber nur eine habe ich gefunden hier geht es kann man sie weiter durch buddeln ja hier ist noch so ein komisches hast du alles gefunden ja ich glaube das hier ist so ein ei so eins was du schon da hinten kaputt geschossen hast wo die viecher dann raus kamen ja hier bliefen koppeln bliefen koppeln ok mal gucken dass ich da hinkomme ja gibt eine menge lava in dem weg oh gott wir haben nicht genug nitra um noch mal nachschub zu holen na egal wird schon schief gehen ja hier sehe ich die nitra ach man immer flair flair so soll ich es mal kaputt schießen da ist es ja warte mal ich bin ich denn gerade mal gucken du bist da oben warte mal ich lass mich erst mal zu dir kommen ich hoffe ich habe dich nicht getroffen nö alles gut ok aber ich schieße mal falsch ich schieße mal genau auf den rand des felsens ich muss da drüber schießen das vergesse ich immer jo guck da ist es ok dann los gehen ja dann es ist nur einer diesmal ne ja aber der hat es in sich oh junge junge oh oh ist dann hingeflogen doch alter der hat aber der hat ein schutzschild und wenn der schutzschild weg ist aber ich habe nicht den eindruck dass wir das überleben werden nö scheiße ist auch wegen der lava ne genau alter das ist äh biene maya hallo biene maya so jetzt können wir mal schön auf den hintern schießen komm mal ran hier auf den meter das muss ich mal zeigen hinterleib ist jetzt frei so ich habe freie schussbahn wo oh du bist tot der mochte mich ganz besonders ja nur weil du ihm gezeigt hast was liebe ist echt vorsicht der kommt jetzt hier schon wieder aufgeladen es gibt es doch gar nicht ja wahrscheinlich muss man den die ganze zeit befeuern ja also hinterleib ist wieder frei rum wieder ey das gibt es doch gar nicht achso du kannst wir müssen immer das schutzschild wegschießen und dann können wir ihn die energie abziehen also ich kann überhaupt nicht schießen der ist ja ständig hinter mir her ah der mag dich shit äh wir brauchen nachschub aber man kann zu wenig nitra genau so ich renne mal weg ich habe noch 716 schuss oh du Lümmel wir werden uns jetzt nur noch wieder beleben ich habe auch ich habe auch ne ich lebe noch aber keine munition mehr warte mal ich vielleicht habe ich doch noch ein paar schuss habe ich noch ja wir haben ihn so warte mal ich ach scheiße ich habe kein wir müssen jetzt irgendwie energie haben ok 224 schuss super ach warte mal ich gebe da noch was rein erstmal kunden sich auch 67 natten nitra ey das ist echt ärgerlich ne warte ich habe noch was ich komme noch nicht rein um dieses scheißviel ach ach schau mal wir können bestellen oh so einmal ihre der bestellung bitte wir haben den erledigt ja beide sehr gut ich weiß gar nicht warum der mich die ganze zeit so scheiße verfolgt hat aber das hat ja echt vorteil weil ich konnte ihn immer von hinten dann ran nehmen ja das stimmt ja er hat hinten irgendwie den hinterleib so einen komischen panzer gehabt und wenn er weg war dann ging das oh super namas jetzt dann können wir das Vieh starten und hinterher rennen wir die bekloppen ja ja so ja jetzt ich glaube gleich bewegt er sich oder ollie was ist los ah jetzt oh alter das hat aber gedauert alter wie der rennt warte wurde ja lang gelaufen ey da muss ich erstmal hinkommen was sollen wir denn da kommen ach aber ein seil hin ach und dann ist er hier hoch guck's dir an warte warte hier musst du auch irgendwie nochmal dir ein seil machen warte mal wo bist du über dir ach da ok genau schieß aber in die wand drüber ne nicht in den ja ja sehr gut das sieht sehr gut aus könnte klappen könnte klappen könnte klappen oh schön guten abend alles klar weiter geht's mit dem blöden käfer werde ich mich nie gewöhnen oh gott was ist das denn jetzt hier ja ich komm hier nicht durch jetzt ab geht's wir sind fast da oh ja ich bleibe auch mal in so einer blöden pflanze kapsel dach kopf auch irgendwie gleich mal hängen ja an allem aber dafür dass wir da so mobsig sind im spiel sind wir aber ganz schön fit das stimmt ui ich hab's geschafft ey hammer das sind ja nicht mal gute leistung dann können wir ja noch ein paar perkpunkte vergeben und mal gucken ob wir die waffen ausrüsten und dann können wir erstmal aufhören ja genau war ja eine schöne runde also ne ich hätte ja gedacht zwischendurch dass wir es nicht packen aber ich auch ja war ganz schön verzweifelt ja ich hoffte dich mehrmals wiederbeleben das waren richtig schön sonst bin ich ja mal der typ der tot geht ach naja wir alle ja aber das stimmt diesmal war ich gut am sterben aber das ist auch gar nicht von der strategie her ne und ich meine oh auftrag erfolgreich neue bergbau expedition komplexität neue nesträuber neue eliminierung komplexität also richtig was freigeschaltet ja es ist von der strategie ganz gut weil ähm du bist dann sozusagen vorgelaufen der hinter dir hinterher und ich konnte ihn immer schön abschießen ja das stimmt so perkpunkte habe ich leider nicht bekommen ich habe ganz viele gekriegt diesmal aber ich kann mir hier viele erweiterungen kaufen wenn du ach nee weiter geht es da ja nicht da ist auch vorbei die granaten haben wir jetzt auch mittlerweile alle und da ist erstmal schluss musste nur mal gucken die tage was ich denn mal für eigenschaften nehme oder so weil bei den kugelhagel hochleistungs minigun habe ich jetzt als erweiterung eine magnetische lagerung die trommel dreht sich nach der abfeuer länger weiter und hält damit die waffe länger stabil gibt auch leichte laufkonstruktion töte gegner schneller mit einer kürzeren anlaufzeit auf besserte betäubung durchschlagskugeln habe ich ich kann meine rüstung verbessern dass ich stoßdämpfer widerstand gegen fall schaden das brauche ich auf jeden fall ich guck mal die ausrüstung ach ja hast du auch barracuda ne du hast eine andere genau ich habe rüstung fuchs ja manchmal ist das schwer was man nehmen soll ich habe hier verstärkter umwandler schild regeneriert sich schneller aber nach einer längeren initialen verzögerung größere mineral taschen du kannst mehr mineralien sammeln ok was dann zukünftig noch kommt bestimmt noch einiges so dann bedanke ich mich bei allen die zugeguckt haben die aufmerksamkeit und dann machen wir mal den chat aus besser gesagt den stream